Bisschen mehr Musik, ja sowieso sieht es ja schon durch eigentlich ganz schön, dann macht es auch viel mehr Spaß. Und schon wieder Nacht, oder was? Ja, schnell. Öh. So, jetzt. Ich will mal was. Ähm. Ah, jetzt kommen wir nicht, später gucken. Boah, jetzt nicht. So, hier, auf, wieder runter, ne? Jo, jo. So. Ab durch den Fichtenwald, ab durch den Fichtenwald. Jo, ein paar Mal ist es schon wieder Weihnachten, ne? Die ersten Weihnachten sind auch schon wieder im Geschäft. Man glaubt es eigentlich kaum, man glaubt es eigentlich kaum. So. So. Die liegen jetzt zwischen Osten und Weihnachten nur noch ein paar Monate bei den Geschäften. Da ist das noch schon gar nicht mehr. So, hier. Ein bisschen. Ich will hier sagen. Ich will mit dem Viech gar nichts. Nee, runter will ich jetzt nicht gehen. Oh, jetzt kommt noch mehr was. Nee, runter will ich jetzt nicht gehen. Das sollte eine kleine Tour werden. So. Hier hoch, ja. Das ist fast wieder. Das ist immer wieder runter. So, jetzt hin lang. So, jetzt hin lang. Na, Schaf. Oh, komm her. Los. Mit Sprung dabei. DUCKER! Und nochmal BATCH! Und BAM! Komm her! Was für ein epischer Kampf! So! Zielung! Da sollte man ein bisschen aufpassen! Die treffen mich immer ziemlich oft, ne? So! Zack! Boot ist weg! Und wieder einen Platz mehr! So! Dim dim dim! Allein durch den Wald! Ja! Uah! 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 Das gibt's nicht! Das gibt's nicht! Jetzt hab ich mich erschrocken! Ne! Das hat man davon, wenn man Dummheiten macht und nicht aufpasst! Was ist das denn hier? Äh! Was soll's mit? Ne! Verdammt nochmal! Noch einer! Vor allem, das passiert so schnell, dass man hier... ...versehentlich die... ...Perspektive wechselt! Das ist völlig... Alter! Mann! Wie sieht die Rüstung überhaupt aus? Da geht noch! So! Äh! Äh! Das gibt's nicht viel Wasser, ne? Fällt mir so auf! Das gibt's nicht viel Insel und so was! Okay, ist jetzt irgendwas hier in der Nähe! Creeper, oder sonst irgendwas? Ne? Gut! Dann mal schnell hier! Zack! Das kann weg! Die Karte nachher! immer noch nichts in der Nähe wo ist man jetzt überhaupt als soll jetzt sehe ich natürlich nichts an euch ich sehe dich komm, aber den versuchen wir jetzt mal zu kriegen Platz für Schiedspulver eventuell ja, gut, komm her zack nein, 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 nicht mit mir, Freundchen zack, und nochmal zwei, wie viel Schläge brauche ich überhaupt drei einmal noch ein bisschen über Schiedspulver, sehr schön so, oh oh äh, guck mal, was wegschaut oh, nein, 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 nein alter, ich muss echt aufpassen wo kommen die überhaupt all her verdammt doch mal ist ja einfach nicht zu glauben ist einfach nicht zu glauben ach, komm das braucht man nicht so ja, vorhin noch gesagt, ne, kaum Viecher hier und jetzt andauernd hier wie oft die schon beinahe tot gestorben wären das ist ja der Hammer so, jetzt hier lang so, jetzt hier lang so, mal gucken ich sehe dich, komm her zack, zack, zack ey, ich treffe dich doch Das ist viel früher. Das gibt es ja gar nicht. Ne, lass mal links. Ey, du. Ja, los. Ich habe gedacht, das wäre vielleicht noch weit genug weg. Aber ne, naja, gut, was soll's. Da ist ein Tommy. So. Guck mal her. Jetzt mal. Ja. Auf den Kopf. Und wieder auf den Kopf. Und wieder auf den Kopf. Und wieder auf den Kopf. Und auf den Kopf. So. Was? Elfe hat das Fleisch schon? Hund wird sich freuen. Der Hund wird sich freuen. So. Noch einer. Guck mal her. Los. Zack. 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 Aber auch. Puh. Jetzt ums Wasser rum. Oder gehen wir mal hier lang. Jetzt soll ich das Wasser. Nee. Oder? Komm. Doch. Vielleicht auch ein bisschen sicherer. Dann gehen wir mal ein bisschen ums Wasser rum. So. So eine kleine Inseltour am Anfang ist auch nicht verkehrt. Bisschen ihr was sieht. Aber ich muss mal sagen, ich... Gut, ich meine, ich bin jetzt eigentlich nur mal so einen Streifen langgegangen oder so. Aber so jetzt irgendwie so eine Stelle gefunden, wo ich sagen so... Boah. Also hier will ich mich sofort niederlassen, habe ich noch nicht. Wie sieht es denn da aus? Oh, Merktür. Komm. Da ist doch schon wieder... Was? Zwei Küper? Nee, ja, da suchen wir vielleicht doch mal das Weite. Erstmal in diese Richtung. So. Ja, wir lassen. Kommt doch, kommt doch, ne? Traut euch nicht, ne? Na ja, aus der Empfehlung kann ich auch die große Klappe haben. So, gehen wir jetzt von hier lang. Aufs Kärtchen gucken. Jetzt immer hier so ein bisschen. Was ist man jetzt überhaupt? Das ist mir sowieso kaum. Ich muss ja die ganze Zeit die Karte irgendwie auflassen oder so, ne? So, das will ich eigentlich auch nicht. So. Ist ja eigentlich nur dafür da, dass wir hinterher zur Not wieder zurückfinden. So. Ich sag mal, ein GPS hier, 2.0 Stift, ne? Und Koordinaten aufgeschrieben. Funkt das? So, jetzt hier, äh... Tschüss, Weber. Bis. Sp... Noch eine Spinne. Alles weiter weg. So. Und los. Los. Aber man merkt, ne? Die Welten sind größer. Also, ich denk mal, mal... Aufs Bessischen 3 oder so, da wären wir wahrscheinlich schon am Rand. Oder zumindest ziemlich fast am Rand, ne? So. So, die Hülfe. Na, greifst du scharf an. Hier? Mach mal. Komm, mach mal. Alter. Ne, 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 ne. Zisch ab, du. Zisch ab, du. Vergiss es. Komm her, los. Jetzt Angriff. Und noch einer, was? Oh, 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 oh. Ah, wie schnell das immer geht, ne? So. Lieber von rechts. Ne, was? Lieber von links. Wolf von rechts. Baum von vorne. Mist. Wir hauen lieber ab. Ach so, voll, ne? Ja. Voll wie ein Eimer. Ja, komm her. Bam, bam, bam. Bam. Eigentlich bin ich am liebsten, die Wolle mitnehmen für ein Bett zur Not oder so, aber nee. Komm. Da kann man auch unterwegs einfach mal so ein paar Schafe reißen zur Not. So. Oh. Ja, ich weiß, das ist Eisen, aber das ist mir jetzt eigentlich relativ egal. So. Wow, 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 wow. Ey, Kollege, ne? So nicht hier. So haben wir nicht gewettet, ne? Junge, ey, wie der sich aber auch. Der ist aber auch verdammt gut getarnt mit seinem Grün, ne? Sonst ist da irgendwo einer hier? Ne, ne? Gut, dann komm her. Jetzt kann ich die große Klappe haben. Los, komm her. Nochmal. Zack. Jetzt ein Doppelschlag, ne, oder? Bam, bam, bam. Oh, doch, jetzt haben wir so gleich gehabt. Sehr schön. Weiter jetzt. Oh, da findet schon ein Berg da oben. Cool. Ist ja nicht schlecht, ne? Da oben. Aber das heißt auch immer, alles hier da hoch schaffen, ne? So. Mal hier rum. Oh, auch nicht schlecht. Fein, fein. Na, ich hab... Ja. Schon. Auf der Xbox 360, da hab ich auch mal eine richtig schöne Welt gehabt. Und bin auch so rumgelaufen, alles erkundet. Und dann laufe ich hier so durch den Wald, durch den Wald, durch den Wald. Und auf einmal ist da eine Schlucht, die ich nicht gesehen habe. Und ich fall erst mal schön in den Tod. Naja, ne? Hinlaufen, Sachen einsammeln. Hätte nichts genutzt. War zoweit weg, um Spawnpunkt. Alles weg. Keine Ahnung, wie viel Eisen, Kohle und sonst noch was. Alles weg. Auch Diamanten. Was ich halt so alles gesammelt habe. Seitdem bin ich da doch ein bisschen vorsichtiger. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber es ist wirklich so. Äh, jetzt mal hier lang. Jetzt möchte ich nämlich ganz gerne da... Oh. Hat eigentlich von euch einer schon mal geschafft, irgendwie so ein Ocelot zu zähmen? Als da so ein süßes kleines Kätzchen draus wird? Also ich hab das mal versucht, ne? Da hat der über zehn Fisch gemumpfelt, aber nix. Ist so ein kleines süßes Kätzchen draus geworden oder so? Irgendwo so ein kleines Dörfchen, das wäre langsam schon... Vielleicht sollte man wieder was essen, ne? Na, 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 na. Und aufpassen, wo man abläuft. Erwähnt dich schon die Schlucht, in die ich schon mal reingefallen bin? So, äh, jetzt hier lang. Gut, das wird jetzt auch nicht sonderlich aufregend, muss ich ehrlich sagen. Das merke ich selber auch, aber na gut, man muss auch mal ein bisschen was sehen, ne? Vor allen Dingen vielleicht auch mal gucken... Was ist denn hier? Feuer? Oh! Achso, klar war ja. Obwohl. Reinfallen wollte ich jetzt eigentlich aber nicht. Oh, eine kleine Steppe, schön. Oh, Feuer, haha. Äh, ich gucke, kann man nicht reinschmeißen, oder? Schade. Oh, ja, aber hier lang. Wenn man aber so ein bisschen geht, wird es schneller. Oh, eine Wüste. Eine Wüste, eine Wüste. Oh, gehen wir mal hin. Ich finde ja auch ein schönes Tempelchen. Das wäre ja auch was. Also ich meine, hier ist, finde ich, ist schon eine bessere Gegend, um zu bauen, aber alles ein bisschen hinschaffen. Deswegen, unser kleines Hütchen, was wir da haben, ne? Ich würde mal sagen, das nehmen wir dann vielleicht, so als kleine Außenposten, ne? So, hier ist... Oh, meine ich, was da hinten so ist. Okay, wir müssen auch... Ja, wir müssen auch ein bisschen was. Ja, ist gut, Emma, wir wissen Bescheid. So, jetzt auch wieder runter. So, jetzt hier noch. Dürfchen, ein Dürfchen, ein kleines Dürfchen. So, jetzt hier noch. Nee, Sandweiter jetzt nicht mitnehmen, ne? Da brauche ich nicht mehr, ne? In die Richtung. Was ist denn mal jetzt überhaupt? Oh, da. Aber das ist ja so ein bisschen, das ist ja nicht so, ne? Was ist denn sonst noch nicht? Was ist denn mal denn überhaupt? Was ist denn auf der Pfeil? Sind wir schon unten irgendwo unter dem Rand oder so? Was ist denn ernsthaft? Wo ist denn der Pfeil? Bin ich blind? Nein, so blind bin ich doch gar nicht. Wie ist denn der? Der ist... Nee, der ist nicht da. Auch nicht da oben. Okay, da kommt es ja. So, keine Gedanken drüber machen, einfach weitergehen. Irgendwann in diese Richtung. Nichts. Gut, nie lang. Ach, was war denn da? Jen. 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 Mehr. Klappen. So. So, haben wir das da. Dann. Komm, ey. Ja, jetzt sind wir Bergsteiger. Jetzt erklimmen wir einen Berg. Aha. So, genau. Als kleine Krönung, einen wunderschönen hohen Berg besteigen. Denn es ist doch ein größerer Berg. Also diese Gegend, die gefällt mir auf jeden Fall besser als die da vorne, wo wir sind. Muss man ganz ehrlich sagen, ne? Von. Wow. Haha. Oh.